So, mein Bruder hat sich schon im Schlafsack eingebuddelt. Und da drüben, da sehen wir die ganze Zeit leuchtende Augen. Das, was uns die ganze Zeit beobachtet und so weiter. Und ich glaube, dass das ein Wolf sein könnte. Aber in letzter Zeit wurde hier in Bremen öfters ein Wolf besichtigt. Und genau, das könnte vielleicht ein Wolf sein, der uns die ganze Zeit hier anguckt. Ich bin ganz gespannt darauf, ob wir von diesem Wolf gegessen werden. Aber ich glaube, da riecht unser Fleisch, was noch nicht durchgebraten ist. Ja genau, deswegen beobachtet er uns die ganze Zeit da hinten. Und ich sehe, bzw. wir beide sehen die ganze Zeit diese reflektierten Augen. Die hin und wieder, die die ganze Zeit zu uns beobachten und manchmal wieder weggehen und dann wieder herkommen. Und wir uns beobachten. Und das sieht wie so eine Hundegestalt aus. Ich glaube, das ist der Wolf.